Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest eine goldene Eintrittskarte anzunehmen bei Nimi Lichtschloss auf der verhörten Küste an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Das ist die erste Quest fürs Jäger Klassenmount und ich soll in die Volltrefferhütte. Ich kenne keinen schnelleren Weg als nach Talavan Porten und dort am Flugplatz mit dem NPC zu quatschen. Falls ihr einen schnelleren Weg kennt, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare posten. Hier Talua, der sage ich will zur Volltrefferhütte und jetzt werde ich da hingeportet. Da bin ich auch schon. Und jetzt, wo ist der goldene Brief? Glaubt, der ist direkt in der Volltrefferhütte, also in diesem Gebäude hier. Lauf mal hinein. Und hier auf dem Tisch liegt der besagte goldene Brief. Quest ist abzugeben beim goldenen Brief in die Volltrefferhütte. An dieser Position bin ich hier im Gebäude. Habt ihr meinen Weg gesehen. Hier dennoch noch mal die Koordinaten. Hoff ich konnte euch helfen. Ciao.